Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum chinesischen Kochstudio mit Uta Rindfleisch. Was versteht man eigentlich unter taiwanischer Küche? Sieht man eine platte Spaghetti, dann denkt man sofort an italienische Küche, beim Anblick von Sushi an die japanische, bei Schweinehaxe, zumindest in Taiwan, an die deutsche Küche. Doch woran denkt man, wenn man von taiwanischer Küche spricht? Tatsächlich ist im Ausland von Taiwan heute der Bubble Tea am bekanntesten. Die Stadt Taipei ihrerseits möchte die Rindfleisch-Nudelsuppe zu dem Gericht machen, das man mit Taipei assoziiert. Doch während diese Nudelsuppe heute durchaus ein wichtiger Bestandteil der taiwanischen Küche ist, war sie zur Zeit, als der Begriff taiwanische Küche aufkam, in Taiwan noch nicht verbreitet. Auch Rindfleisch wurde damals kaum gegessen. Der Begriff taiwanische Küche tauchte erstmals am 18. Januar 1898 in der Tageszeitung Taiwan Rzhinbao auf. Dort wurde von einem Festessen aus Anlass des chinesischen Neujahrsfestes berichtet, das die Verwaltung von Tainan veranstaltete. Darin hieß es ausdrücklich, dass Gerichte der taiwanischen Küche serviert worden seien, weil der Großteil der Gäste wichtige einheimische Persönlichkeiten gewesen seien. Im selben Jahr tauchte auf einem von der japanischen Kolonialregierung veranstalteten Jahrmarkt in Tsiai auch ein Stand für taiwanische Küche auf. Für die Japaner war die taiwanische Küche eine lokale Küche, und zwar eine Küche für Festgerichte. Bei der 5. Gewerbeexpo 1903 in Osaka wurde im Taiwan-Pavillon auch ein Restaurant für taiwanische Küche eingerichtet. Das bedeutete also, dass die Taiwan-Küche als Teil der lokalen Kultur betrachtet wurde, die es wert war, auf diese Expo gezeigt zu werden. Dabei versuchte man, so originalgetreu wie möglich zu sein, indem nicht nur die Einrichtung gehobenen Restaurants in Taiwan nachempfunden wurde, sondern auch taiwanisches Geschirr verwendet wurde und Küche und Bedienungen aus Taiwan herübergebracht wurden. Diese Expo dauerte drei Monate lang. In diesem Zeitraum aßen mehr als 38.000 Personen im Taiwan-Restaurant. Eine Zahl, die sich durchaus sehen lassen kann. Der Ausdruck, der für taiwanische Küche verwendet wurde, Taiwan Liao Li, stammt aus dem Japanischen. Unter Liao Li verstand man dabei die gehobene Küche, was man heute mit Fine Dining bezeichnen würde. Das erste Restaurant in Taiwan, das für diese gehobene Küche stand, war das Jiangshan Lo in Dadaocheng im heutigen Taipei. Zur Blütezeit dieses Restaurants oder Weinhauses, wie man es auch bezeichnen könnte, nämlich zur Zeit der Expo aus Anlass von 40 Jahren japanischer Kolonisation in Taiwan, wurden hier täglich etwa 120 Tische bedient, also mehr als 1.000 Personen. 1922 fand die Hochzeitsfeier des ersten Taiwaners, der den Grad eines Doktors der Medizin erworben hatte, nämlich Du Tsung Min im Jiangshan Lo mit über 300 Gästen statt. Sehen wir uns einmal die Speisekarte an. Da gab es zunächst Tangyuen, also kleine Klebreißklöße und Schwalbennester. Danach gab es ein Garnelengericht, gefolgt von Haifischflossen, gegrilltem Huhn, Suppe mit Bambuschoten, frittierten Fühlingsrollen, Wasserschildkröte in klarer Brühe, gebratenen Krebsen mit 8 Schätzen, einer Hühnersuppe mit Pilzen, Tiembola und gebratenen Reis mit Eiern. So ein Bankett wurde gewöhnlich in zwei Hälften unterteilt, wobei die Zäsur zwischen beiden Hälften durch einen Snack angezeigt wurde, im oberen Fall die frittierten Fühlingsrollen. Zwischen diesen beiden Banketthälften wurde eine Pause eingelegt. Man konnte sich ein wenig die Füße vertreten, eine Zigarette rauchen oder der Aufführung einer Musikerin lauschen. Die Bedienung brachte auch Schüsseln mit heißem Wasser und Handtücher, mit denen man sich Gesicht und Hände waschen konnte. Der Snack, der die Unterbrechung anzeigte, konnte auch aus gedämpften oder gekochten Ziautze bestehen. Sehen wir uns in den folgenden Zutaten der gehobenen taiwanischen Küche an und beginnen dabei mit dem Huhn. Wie eben erwähnt, stand beim Hochzeitsessen von Dr. Du Tsung Ming gegrilltes Huhn auf dem Speiseplan und 1911 wurde in einem Buch über die Taiwan-Küche sogenanntes weißgekochtes Huhn erwähnt. Diese beiden Gerichte findet man heutzutage bei Festessen gewöhnlich nicht mehr, dafür sind sie jedoch ein fester Bestandteil der sogenannten taiwanischen Hausmannskost und auch deshalb unentbehrlich, weil hier die Hühner ganz gekocht werden, wie man dies sich für die Ahnenopfer, zum Beispiel beim Neujahrsfest, wünscht. Bei Festessen taucht das Huhn dagegen nun meist in Suppen auf und ist auch unentbehrlich für die Brühe, in denen zum Beispiel Haifischflossen und Abalone zubereitet werden. Weißgekochtes Huhn ist an sich ein sehr einfaches Gericht. Je einfacher, desto besser muss jedoch die Qualität des Huhnes sein. Am besten nimmt man ein Huhn, das neun bis zehn Wochen alt ist. Ein solches Huhn ist schon relativ ausgereift und ist an den richtigen Stellen bemuskelt. Es sollte etwas über eineinhalb Kilogramm wiegen. Für dieses Gericht bevorzugen die Taiwaner freilaufende Hühner. Die einfachste Methode ist weißgekochtes Huhn für faule Leute aus einem Datum-Reiskochtopf. Was ist das Besondere an diesem Reiskochtopf? Es handelt sich hier nicht um einen elektronischen, sondern um einen elektrischen Reiskochtopf mit einem Innentopf und einem Außentopf, wobei man in den Außentopf Wasser geben kann, der Reis oder andere Dinge also quasi gedämpft werden. Man taut das Huhn, wenn man ein gefrorenes Huhn oder Hähnchen verwendet, auf und wäscht es. Dann gibt man es in den inneren Topf des Reiskochtopfes. In den Außentopf schüttet man zwei Becher Wasser. Man legt den Deckel auf und drückt den Schalter herunter. Nachdem der Schalter hochgesprungen ist, darf man den Deckel nicht gleich aufheben, sondern muss noch eine halbe Stunde warten. Dann kann man das Huhn herausnehmen und in Stücke hacken. Oder aber, wenn man sich das nicht zutaut oder wenn man wirklich faul ist, dann kann man einfach Fleisch mit der Hand abreißen, in ein wenig mehr Salz tippen und essen. Dieses Gericht ist nicht nur bei den Taiwanern beliebt, die den Minan-Dialekt sprechen, sondern auch bei den Hakka, einer ethnischen Minderheit. Die Hakka servieren zum weißgekochten Huhn am liebsten süßsäuerliche Kumquat-Soße, die zu ihren Spezialitäten zählt. Andere schwören jedoch auf dicke Sojasoße. Natürlich kann man bei der Zubereitung dieses Huhnes auch ein wenig mehr Aufwand betreiben, was in Deutschland jedoch etwas schwieriger sein dürfte, weil man hierzu eine Menge Hühnerfüße, ich meine damit Hühnerklauen, benötigt. Weißgekochtes Huhn à la Lin-Zi-Fong. Lin-Zi-Fong ist der Name eines Koches. Die Zutaten ein ganzes Huhn. 1 kg Hühnerklauen, 150 g Hühnerfett, 10 l Wasser, 430 g Salz und 20 g Reiswein. Einen Topf mit 10 l Wasser erhitzen. Da hinein das Hühnerfett und das Salz geben. Einen weiteren Topf mit Wasser erhitzen, in dem das Huhn überbrüht werden kann. Von den Hühnerklauen die Nägel entfernen und mit dem Rücken des Hackepeils 2-3 Mal auf die Hühnerklauen schlagen, um die Knöchelchen zu brechen. Für 2 Minuten in den Wassertopf zum Überbrühen geben. Dann herausnehmen und mit kaltem Wasser abwaschen. Danach in den Zuppentopf geben und 20 Minuten köcheln lassen, damit das in ihnen enthaltene Kollagen austritt. Dann herausnehmen. Nun das Huhn dreimal im Wassertopf überbrühen. Dazu wird es jeweils für 6 Sekunden ins Wasser gegeben und dann für 4 Sekunden herausgenommen. Am besten geht das, wenn man das Huhn an einem Metzgerhaken aufhängt. Durch diese Prozedur wird nicht nur Blut herausgeschwemmt, sondern auch das Huhn gleichmäßig von innen und außen erwärmt. Warten, bis die Suppe im Suppentopf wieder sprudelnd kocht. Dann das Huhn hineingeben und den Deckel auflegen. Das Feuer auf hohe Flamme stellen. Wenn die Suppe wieder kocht und unter dem Deckeldampf heraus tritt, dann nimmt man den Topf vom Feuer, lässt den Deckel aber noch mindestens eine halbe Stunde geschlossen. Sollte das Huhn etwa 1800 Gramm schwer gewesen sein, dann muss es 55 Minuten im heißen Wasser bei geschlossenem Deckel liegen bleiben. Das Huhn aus dem Topf herausholen, indem man zwei Stäbchen unter die Flügel klemmt. Solange es heiß ist, sofort mit Salz und Reiswein einreiben. Dann, falls man die Möglichkeit dazu hat, das Huhn mit dem Metzgerhaken aufhängen, damit der Saft in der Hühnerbrust bleibt. Abkühlen lassen. Wenn es schnell gehen soll, können Sie dazu einen Ventilator verwenden. Danach in Stücke hauen. Zum Eintunken Kumquatsoße verwenden oder dicke Sojasauce, in die 8 Stunden lang geschälte und zerquetschte Knoblauchzehen eingelegt waren. 25 Gramm Knoblauchzehen auf 150 Gramm dunkle oder dicke Sojasauce. Dieses Gericht ist gewöhnlich in taiwanischen Familien, beim Silvesteressen vor dem chinesischen Neujahrsfest anzutreffen, da man das ganze Huhn ja für die Ahnenopfer benötigt. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören. Am Mikrofon war Uttarenfleisch.